Herzlich Willkommen in der INVIMED Klinik in Posen. INVIMED ist das größte Netzwerk der Kliniken in Polen, die Unfruchtbarkeit heilen und die Posener Filiale spezialisiert sich darauf, Patienten aus Deutschland zu helfen. Kein Wunder, Posen liegt gerade mal 170 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, direkt an der Autobahn A2. Es ist eine der größten polnischen Städte, in der unsere Patienten viele Attraktionen finden. So wie die sich in der Nähe der Klinik befindende Altstadt mit dem wunderschönen Markt oder die alte Brauerei, die in eine Einkaufspassage umgebaut wurde. Nun gut, und welche Fürsorge können Patienten aus Deutschland erwarten? Während der gesamten Behandlung werden Patienten durch deutschsprachige Koordinatorin wie mich betreut. Wir sorgen dafür, dass Patienten vor dem Erstgespräch alle notwendigen Informationen erhalten. Wir helfen auch, die erforderlichen Formalitäten zu erledigen. Wir vereinbaren Termine für Arztbesuche und erklären Patienten, wie sie sich darauf vorbereiten sollen. Wir begleiten Patienten während des ganzen Aufenthaltes in der Klinik. Per E-Mail und per Telefon stellen wir die ganze Zeit zu ihrer Verfügung. Dank dessen können Patienten jederzeit Fragen stellen und Antworten bekommen. Wie sieht der erste besuch aus? W Klinikach INVIMED kładziemy nacisk na indywidualny dobór metody leczenia, co jest kluczowe dla sukcesu całego procesu. Podczas pierwszej wizyty przeprowadzamy wywiad medyczny oraz weryfikujemy dotychczasową historię leczenia. Następnie omawiamy wyniki dotychczasowych badań lub też pacjenci wykonują niezbędne badania na miejscu. Działamy w oparciu o standardy i zalecenie Europejskiego Towarzystwo Medycyny Rozrodo. Dzięki innowacyjnym technologiem oraz indywidualnemu podejściu do pacjenta skuteczność leczenia w Klinice INVIMED jest jedną z najlepszych w Europie. Naszą specjalizacją jest leczenie in vitro z wykorzystaniem komórek dawczyń. Komórki młodych i zdrowych dawczyń zwiększają szanse na macierzyństwo, dzięki czemu aż 65% pacjentek zachodzi w ciążę już w pierwszym cyklu. Wie sollte man sich auf seinen ersten Besuch in INVIMED vorbereiten? Wir informieren Patienten individuell, welche Dokumente und Befunde sie vor dem Erstgespräch vorbereiten sollen. Wir können auch Hotels und Apartments in der Nähe unserer Klinik empfehlen, in denen Deutsch gesprochen wird. Muzyka 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 Muzyka